Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkessel Küche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Gericht aus der Kategorie futtern wie bei muttern. Denn wir machen Schinkenröllchen mit Hackfleisch oder Hackschinkenröllchen oder Schinkenhackröllchen oder wie auch immer ihr das zu Hause genannt habt. Ihr kennt das sicher alle. Bei uns hat es das früher häufig gegeben. Allerdings war ja damals so die Zeit wo man dann das Päckle aufgemacht hat und dann ja wir hatten ja nix. Wir machen das heute ohne Päckchen. Nämlich mit unserem Thermomix und wie das geht das verrate ich euch jetzt. Als erstes nehmen wir 300 Gramm gemischtes Hackfleisch. Das kommt hier in unseren Thermomix hinein, wird gepfeffert und gesalzen nach Gusto. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen anderes Gewürz rein machen wenn ihr das mögt. Paprika, edelsüß oder was weiß ich was. Mir reicht hier Pfeffer und Salz, denn wir machen uns ja jetzt gleich auch eine schöne Soße. Wie gesagt das was man normalerweise dann aus den Beutelchen genommen hat. Das Hackfleisch vermischen wir jetzt in der Teigstufe und zwar 1 Minute. In der Zwischenzeit können wir schon mal unseren Backofen vorheizen auf 180 Grad. Hackfleisch ist fertig. So das gewürzte Hackfleisch, so sieht das jetzt aus. Das teilen wir ungefähr in 6 Einheiten. Ja müsst ihr so aufteilen irgendwie und das machen wir jetzt wie folgt. Wir nehmen uns eine Scheibe Schinken. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege. Das wahrscheinlich nicht so gut hin wie die Mama. Wobei ich auch sagen muss, dass hier dieser Schinken doch sehr dünn geschnitten ist. Schauen wir mal. Also haben wir mal 6 Röllchen. Also das macht ihr hier so in die Mitte. Dann wird das gerollt und mit der Naht nach unten hier in die Auflaufform, heißt das Ding. Auflaufform, in die Auflaufform gelegt. Genau. So das können wir jetzt vorlaufen lassen. Ja, weil es ist immer das Gleiche. Ja, hier so in die Mitte so ein Klecks und dann rollen und dann habt ihr ja jetzt gesehen. Also bis gleich. So ich habe gerollt und den Kessel einmal kurz ausgewaschen. Bisschen trocken gemacht. Denn wir werden jetzt den Käse da drin zerkleinern. Da habe ich 30 Gramm Parmesan und 30 Gramm Gouda Käse zum Beispiel. Ja, könnt ihr auch Eder mal nehmen. Aber Gouda passt da natürlich super gut zu. Und den werden wir jetzt 12 Sekunden auf Stufe 7 mischen. Das füllen wir wieder um. Ja und richten den Kokido nochmal aus und kümmern uns um unsere Soße. Also das hier ist jetzt quasi so die Käse, Reibekäse Mischung für oben drauf. Eine Zwiebel und eine Zehe Knoblauch haben wir hier. Die kommen in den Kessel und werden die üblichen 5 Sekunden mit Stufe 5 zerkleinert. So das ganze schieben wir jetzt mit dem Spatel wieder nach unten und dünsten es an. Und zum Andünsten brauchen wir natürlich noch etwas Fett. In dem Fall nehmen wir Butter. Einen Esslöffel Butter. Super Mengenangabe. Nehmt so 20 Gramm, das reicht. Und dann dünsten wir das 3 Minuten in Varoma Stufe 1 an. So unsere Zwiebeln sind angedünstet und wir machen jetzt unser fixes Sößchen. Und zwar mit folgenden Zutaten. Wir brauchen Wasser 250 Milliliter. Wir brauchen Tomatenmark 75 Gramm. Zack. Sahne 60 Gramm. Einen großen Esslöffel Herbe de Provence. Ihr könnt auch wenn ihr wollt italienische Kräuter nehmen. Ja. Ich weiß übrigens nicht wer diese Dose hier erfunden hat. Ja. Aber egal. Gut. Wir kriegen das. Das kriegen wir hin. So. Ist ja auch nicht so schlimm wenn es ein bisschen mehr ist. Zack. Einen Esslöffel Herbe de Provence. Dann einen Teelöffel Paprika rosenscharf. Das mache ich nach Augenmaß. Das kann ruhig ein bisschen schärfer sein. Für mich zumindest. Dann einen gehäuften Teelöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch Gemüsebrühwürfel nehmen. Da nehmt ihr so einen Gemüsebrühwürfel für einen halben Liter. Salz. Ungefähr ein halber Teelöffel. Ein wenig Pfeffer. Eine Prise Zucker und 15 Gramm Speisenstärke. Und jetzt 5 Minuten bei 100 Grad Stufe 2 das ganze aufkochen. So unsere Soße gießen wir jetzt über die Schinkenhackröllchen. Und dann müssen wir das nur noch mit dem Parmesankäse bestreuen und 25 Minuten bei 180 Grad im Backofen fertig machen. Ne Leute, ich streue das jetzt so drüber wie man das halt zu Hause macht. Ich nehme zu Hause auch keinen Löffel. Ich bin ja auch der Einzige der das isst. Genug gestreut, genug geredet. Ab damit in den Backofen. Wir sehen uns in 25 Minuten wieder zum Essen. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Oh das geht doch, geht doch. Ich nehme mir eh nur eins. Den Rest hier in dieser Auflaufform habe ich nämlich meinen Nachbarskindern versprochen. Die freuen sich da jetzt auch drauf. Ich muss das jetzt trotzdem probieren zuerst. So. Also durch ist alles. Ja das hätte mich jetzt auch gewundert nach 25 Minuten. Und die Frage ist, wie schmeckt es? Da fällt mir nur ein Wort zu ein. Geil! Ich finde es toll. Super gut. Und Spaß beiseite. Das war jetzt auch nicht mehr Arbeit als jetzt irgendwie ein Tütchen aufzureißen. Okay 2, 3 Arbeitsschritte mehr. Aber hier weißt du auf jeden Fall was drin ist. Es ist total, total lecker. Du kannst jetzt Reis und Kartoffeln dazu machen. Aber ich brauche das gar nicht. Ich brauche weder Reis noch Kartoffeln dazu. Ich esse das jetzt komplett so. Wahnsinn. Wie früher. Echt ohne Spaß. Ich weiß nicht. Also geht davon aus, dass auch ihr Gerichte habt, die ihr als Kind gerne gegessen habt. Dann schreibt mir die doch bitte in die Kommentare. Ja einfach hier unten drunter. Und falls ihr mich heute zum ersten Mal seht, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Denn nur hier gibt es die besten Rezepte aus dem Wunderkessel Forum. Jede Woche neue Videos. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit. Musik 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 Ség